Hallo, herzlich willkommen! Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute lernen wir mit diesem Buch. Warum? Wir lernen mit diesem Buch, weil es ganz viele tolle Weil-Sätze in diesem Buch gibt. Das Buch heißt Du bist mein Freund, weil. Und du siehst, es ist in Schreibschrift geschrieben. Es ist keine Druckschrift, wie du es vielleicht kennst. Hier. Wir haben zwei Kinder und die Kinder schaukeln. Der Junge fragt, wir sind doch Freunde, oder? Aber warum bist du eigentlich mein Freund? Und dieses Warum, das beantworten wir immer mit Weil. Also gibt es ganz viele Weil-Sätze in diesem Buch. Was antwortet das Mädchen? Hm, ich bin dein Freund, ich bin dein Freund, weil. Jetzt, warum? Weil du so lustige Zahnlücken hast. Hier sind die Zähne und hier sind Löcher. Es sind Zahnlücken und die Zahnlücken sind lustig. Also das Mädchen ist sein Freund, weil er so lustige Zahnlücken hat. Hier sehen wir zwei Jungs. Sie sind auch Freunde und sie lassen Papierflieger fliegen. Also die Häuser sind nicht weit auseinander. Sie sind sehr nah. Sie sind um die Ecke. Eigentlich ist das eine Ecke. Um die Ecke bei einem Haus heißt aber, es muss keine Ecke sein. Es heißt einfach in der Nähe. Ich muss nicht weit weg laufen. Also, ich bin dein Freund, weil du bei mir um die Ecke wohnst. Hier sehen wir die Kinder nicht. Wir sehen nur ihre Hände und sie spielen mit Autos. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil du so viele Autos hast und wir damit Wettrennen spielen. Also, Wettrennen, sie schauen, wer schneller ist, wer schneller fahren kann. Ich bin dein Freund, weil du so viele Autos hast. Ich bin dein Freund, weil wir Wettrennen spielen. Hier haben wir nochmal Freunde. Das ist wieder ein Junge und ein Mädchen. Und das Mädchen ist auf dem Baum. Es ist hochgeklettert. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil du so gut auf Bäume klettern kannst. Oder eine andere Antwort. Ich bin dein Freund, weil du mir hoch hilfst. Das Mädchen hilft dem Jungen, auf den Baum zu kommen. Oder hier. Ins Baumhaus. Jetzt sind sie beide im Baumhaus. Ich bin dein Freund, weil du mit mir im Baumhaus spielst. Das sind lustige Haare. Warum bist du mein Freund oder meine Freundin? Ich bin deine Freundin, weil du eine coole Frisur hast. Hier, da sehen wir die Locken und die Haare in alle Richtungen. Das ist eine coole Frisur. Ich bin deine Freundin, weil du eine coole Frisur hast. Hier sind zwei Mädchen, die Musik machen. Dieses Mädchen spielt Geige und dieses Mädchen spielt Schlagzeug. Warum bist du meine Freundin? Ich bin deine Freundin, weil wir zusammen Musik machen. Mal leise, mal laut. Also, ich bin deine Freundin, weil wir mal leise sind, weil wir manchmal laut sind. Ich bin deine Freundin, weil wir eine echte Band sind. Oh, warum sind diese zwei Kinderfreunde? Das sieht nach tollem Essen aus. Und was essen sie hier? Irgendeinen Burger vielleicht? Was erkennst du noch? Apfel, Käse, Gurke, Eis, Banane, eine Brezel, ein Croissant. Ganz viele unterschiedliche Sachen zum Essen. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil du immer was Leckeres dabei hast. Ganz korrekt wäre es etwas, weil du immer etwas Leckeres dabei hast. Oder wir können auch sagen, ich bin dein Freund, weil du immer leckeres Essen dabei hast. Also, sie essen gerne zusammen. Oh, hier regnet es ziemlich. Es schüttet, es regnet ganz, ganz stark. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil du auch bei schlechtem Wetter ziemlich gut drauf bist. Also, schlechtes Wetter. Gutes Wetter ist, wenn die Sonne scheint. Schlechtes Wetter ist, wenn es sehr arg regnet. Viele Leute sind dann traurig oder sie freuen sich nicht. Sie sind nicht guter Laune. Aber gut drauf sein, das bedeutet gute Laune haben, sich freuen, lachen. Und dieser Junge, er ist gut drauf. Er freut sich. Er hüpft gerne in die Pfütze. Also, ich bin dein Freund, weil du ziemlich gut drauf bist. Auch wenn es regnet. Oh, jetzt sind es nicht zwei Kinder. Jetzt ist es ein Kind und ein Hund. Also, wieder zwei Gründe. Ich bin dein Freund, weil du eine feuchte Nase hast. Die Nase des Hundes. Die Nase vom Hund. Die Nase ist feucht oder ein bisschen nass. Das bedeutet feucht. Nicht ganz, ganz nass, sondern ein bisschen nass. Feuchte Nase. Und der Hund beschützt den Jungen. Er passt auf den Jungen auf, dass dem Jungen nichts passiert. Also, ich bin dein Freund, weil du mich beschützt. Und es gibt nochmal einen Grund, einen dritten Grund. Der Hund holt das Stöckchen. Ein Stöckchen ist ein kleiner Stock. Also, ich bin dein Freund, weil du Stöckchen holen kannst. Ich bin dein Freund, weil du Stöckchen holen kannst. Jetzt sind es nur noch Tiere. Ein Hund und eine Katze. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil wir uns ganz oft ärgern. Kennst du das Wort ärgern? Eigentlich passt es nicht zu Freunde. Aber sie spielen gerne Fange. Sie sind nicht freundlich zueinander. Genau, das ist ärgern. Etwas machen, was der andere nicht möchte. Aber dann erst ärgern sie sich und dann vertragen sie sich wieder. Hier ärgern sie sich nicht mehr. Hier sagen sie Entschuldigung und sie haben sich wieder lieb. Also, ich bin dein Freund, weil wir uns ganz oft ärgern. Ich bin dein Freund, weil wir uns immer wieder vertragen. Ich bin dein Freund, weil du mich bedienst, mich fütterst und mich kraulst. Also, bedienen, das ist eigentlich wie in einem Restaurant, wie in einem Café, wenn dir etwas gebracht wird. Hier bitte, hier bitte. Du musst nichts machen. Jemand bedient dich. Also, die Katze muss nichts machen und das Mädchen bringt alles. Es füttert die Katze, es bringt ihm der Katze essen und kraulen. Das ist ähnlich wie streicheln. Sie krault die Katze. Ich bin dein Freund, weil du mich bedienst. Ich bin dein Freund, weil du mich fütterst. Ich bin dein Freund, weil du mich kraulst. Aber bitte nicht zu doll. Doll ist ein anderes Wort für sehr stark, sehr arg. Hier, das Mädchen, das nimmt die Katze sehr arg in den Arm und die Katze mag das nicht mehr. Das ist zu viel Liebe, sagt die Katze. Och, wie süß. Hier, warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil ich in dich verliebt bin. Das Mädchen scheinbar ja, aber der Junge, er sieht nicht sehr verliebt aus. Er mag das offensichtlich nicht. Hm, okay. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil du so schlau bist. Dieser Junge ist sehr intelligent und weiß viele Dinge. Hier wird viel Fußball gespielt. Ich bin dein Freund, weil du der beste Torschütze weit und breit bist. Er kann sehr gut Fußball spielen. Er kann sehr gut Tore schießen. Oder auch ins Fenster. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich bin dein Freund, weil du vom Beckenrand fast so gute Arschbomben machst wie ich. Also, das hier ist ein Pool, ein Swimmingpool, ein Schwimmbecken. Und das hier ist der Rand. Also ist das der Beckenrand. Arsch ist ein nicht so tolles Wort für Popo. Und eine Bombe, ich glaube, das verstehst du. Wenn wir so in das Wasser springen, dann nennen wir das eine Arschbombe. Sie machen sich ganz klein und hüpfen in das Wasser und dann spritzt das Wasser ziemlich. Also, ich bin dein Freund, weil du vom Beckenrand gute Arschbomben machst. Aber ich bin immer noch besser. Fast so gute Arschbomben wie ich. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil du so mutig bist. Hier sehen wir, das eine Kind hat Angst und das andere Kind ist mutig. Ich bin dein Freund, weil es ohne dich langweilig ist. Echt jetzt? Total langweilig. Hier ist es ganz langweilig, weil der Freund nicht da ist. Und hier freut sich der Freund oder der Junge auf den anderen Jungen. Ich bin dein Freund, weil ich mich auf dich freue. Hier springen die Kinder auf einem Trampolin und sie springen sehr hoch. Ich bin dein Freund, weil wir hoch hinaus wollen. Ganz hoch. Ich bin dein Freund, weil du außergewöhnlich bist. Außergewöhnlich ist ein anderes Wort für besonders. Gewöhnlich, vielleicht kennst du das. Gewöhnlich bedeutet normal. Und außer, ja, nicht in diesem Kasten von normal. Hier ist normal. Und du bist außerhalb von normal. Du bist außergewöhnlich. Das ist das Gewöhnliche. Du bist draußen. Du bist außergewöhnlich. Hier, dieses Mädchen möchte nicht Ballett tanzen. Es macht Breakdancing oder irgendwas anderes. Ich bin dein Freund, weil du immer schneller fährst als ich. Hier fahren die Kinder zusammen mit dem Fahrrad oder dem Tandem in diesem Fall. Ich bin dein Freund, weil du dich perfekt verstecken kannst. Ich bin dein Freund, weil du dich hinter einem Tisch versteckst, weil du dich unter der Bettdecke versteckst, weil du dich in einer Lampe versteckst, weil du dich am Regal versteckst. Weil du dich hinter einem Buch versteckst, weil du dich in einer Vase versteckst. Nein! Ach so! Hier bist du, hinter dem Tisch. So, wie lang geht das Buch noch? Es ist ein langes Buch. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil ich gerne mit dir unterwegs bin. Also, sie gehen gerne irgendwo hin. Auch wenn es ab und zu etwas länger dauert. Warum braucht es länger? Dieser Junge sitzt in einem Rollstuhl und er kann nicht die Treppen benutzen. Also müssen sie einen anderen Weg finden. Ich bin dein Freund, weil du dir unglaublich spannende Geschichten ausdenkst. Also, ich glaube, dieses Mädchen hat sehr viel Fantasie und sie kann sich tolle Geschichten ausdenken. Ich bin dein Freund, weil du da bist, wenn ich Trost brauche. Das Mädchen ist traurig, vielleicht hat es Angst und die Mutter kann das Kind trösten. Das Mädchen bekommt Trost. Also, du bist mein Freund, weil du da bist. Du bist mein Freund, weil du mein Pferd und Einhorn bist. Das ist ein toller Papa. Er spielt mit seiner Tochter ein Einhorn. Außerdem sollst du mir vorlesen. Also, ich bin dein Freund, weil du mir vorliest. Ich bin dein Freund, weil du immer zu mir hältst und mich hältst. Also, halten ist wie etwas festhalten, etwas tragen, etwas in der Hand haben. So wie der Papa die Mama hier auf dem Arm hält. Und zu jemandem halten, ist wie jemandem vertrauen, auf der Seite von jemandem stehen, zusammenhalten. Das bedeutet zu jemandem halten. Ich bin dein Freund, weil wir uns auch gegenseitig stützen. Also, nicht nur einer hilft dem anderen, sondern auch der andere hilft dem einen. Jetzt haben sie die Rollen getauscht und die Mama hält oder trägt den Papa. Warum bist du mein Freund? Ich bin dein Freund, weil du bist, wie du bist. Und zusammen sind wir die Besten. Das ist das Buch über die Freunde. Wahrscheinlich hast du es gemerkt. Wenn wir einen Weil-Satz bilden, dann muss das Verb ganz an den Schluss. Wenn du es noch nicht gemerkt hast, schaue dir das Video noch einmal an, höre genau zu und achte darauf, wo das Verb ist. Damit du die Weil-Sätze üben kannst, habe ich ein paar Fragen für dich. Warum hast du das Video angeschaut? Warum lernst du Deutsch? Oder auch einfach, warum magst du deine Freunde? Ich bin gespannt auf deine Antworten mit Weil-Sätzen in den Kommentaren. Mach's gut und bis dann. Tschüss!